Hi, ich bin Alex von Hirox, ich bin der GYMTO-Koordinator und wir starten heute in Karlsruhe unsere Tour und ich werde die nächsten Wochen durch die Premium-Clubs und Ressorts reisen und eure Fitness testen und freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Hi, ich bin der Julien. Ich bin die Claudia. Wir sind aktuell amtierende Hirox Double-Mix-Weltmeister 2019-2021. Wir sind jetzt heute hier im Fitzenmaier in Karlsruhe auf der Hirox PFT-Tour, um einfach mal zu schauen, wie ist der aktuelle Fitnessstand, was macht das Laufen, was machen die Kraftübungen. Ja, Burbies, Juhu, wir freuen uns drauf. Und einfach mal auch zu schauen, wie sind die anderen unterwegs, haben Bock auf eine geile Competition, haben Bock auf das standardisierte Workout und haben einfach Bock, hier mal 20, 25 Minuten richtig Gas zu geben, heute hier im Fitzenmaier. Also haut rein, macht's gut. Bis dann. 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 Bis dann.